So meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dead Space. Hey, das ist nicht fair, was ihr macht. Das ist nicht fair. Oh Gott, fliegen, ey. Ich höre die fliegen, ey. Ich höre die fliegen, die fliegen gerade. Flachwitz. Oh, wir sind jetzt hier gerade in einem anderen Gegend, wie es aussieht. Aufzug. tatu 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 so und ich habe nicht mal mit die peck die musste ich mir auch noch holen dass ich weiß ich zum ersten mal hier sehe sind solche gemüse garten was war das jetzt gerade da habe ich mich richtig erschreckt gehen wir mal durch das tomaten garten wie auch immer gemüse garten da bist du wie schön sie lebendig zu sehen die luft ist faul ich ich habe es gesehen es ist riesig sie werden es nicht glauben ich glaube sie sind es die luft hier verpesten sie werden transformiert ich habe einen von ihnen gesehen aufgedunsen angeschwollen das sind gift fabriken wir müssen sie ausschalten solange wir noch atmen können hermann ich dachte sie wären tot gehen sie irgendwo hin wo die luft sauberer ist in ihrem zustand sind sie alle keine hilfe isaac ich gerne jetzt den sektor er hat recht da ist was mächtig großes im lebensmittellager weil ich bekomme keinen guten scan die monitor anzeigen sind unbrauchbar sei bloß vorsichtig ok aufgabe hinzugefügt ja gibt es noch was zu sagen nee ok dann gehe ich auch schon weiter wie sieht das denn hier aus wir möchten erstmal zu dem shop gehen ja shop ist ist unser berater weißt du so 14.000 credits ok das meine die nein 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 munition für laser kanone am besten hole ich mir mal medizinisches gel das einen kleinen teilen der gesundheit wiederherstellt nein am besten geld sparen ja also ich 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 war ja am liebsten geld in spielen vor allem und muss hier lang ja ich muss hier lang und bevor ich dahin gehe checke ich hier erstmal alles ab was hier so ähm gibt alles vielleicht hier da waren wir noch gar nicht da können wir rein ah ich muss andererseits ok ich sollte wohl froh sein dass er mit noch am leben ist aber ich traue ihm nicht ich glaube er verheimlicht etwas wegen des markers unnötig gehen wir weiter oh nein kopf daneben und da kotzt seinen magen wieder ja wir haben hier noch eine werkbank sehr schön rg haben wir schon genügend ne plasma karte mache ich mal äh der schaden kapazität ist gut weil dafür haben wir nicht so viel munition ok also für die plasma karte brauche ich strenge munition ganz ehrlich ich sagte bleiben sagte zeitlupen effekt ok credits da können wir leider nicht aufmachen gehen wir mal weiter was sind wir hier energie sperre bitte eine energieknoten zum überbrücken des schlosses verwenden 1900 wir gehen mal rauf ich weiß zwar echt nicht wohin uns das führen soll aber ich gehe einfach mal nach oben vielleicht finden wir ja da irgendetwas vegetative anomalien in der wachstumskammerost registriert am besten verpiss ich mich von hier am besten so so wir haben hier jetzt alles abgecheckt und wir können jetzt mal wieder weg gehen also gegenüber von uns die tür da können wir hingehen aber moment hier gibt es ja speicherstation annehmen natürlich gefahr für die umwelt kapitel 6 ich bin echt gespannt ey so 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 Wir haben ja noch eine Werkbank. Aber sonst nichts. So, ich bin durch. Das ist meine Energie und ein Input-Projekt hier. Und drauf. Auf zum Mond. Oh je, da kommt schon wieder einer. Jaja. 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 Boah. War anscheinend nicht genug. Okay. Hatte der? Ja, Plasma-Energie hatte der. Okay. Wow, wie sieht das denn hier aus? Der Tomatengarten. Wie schön. Munition und Strah... Äh, Strahlmunition. Sehr nice. Habe ich mal jetzt so einfach mal nebenbei aufgehoben. Okay. Ach, Zwillinge oder was? Der ist tot. Nein, nachladen. So. Und sonst haben wir gar keine Munition für die Plasma-Karte oder was? Nein. So, jetzt könnten wir nachladen. Super. Super, super, super. Okay, aber wo geht's jetzt lang? Nein, geht's lang. Stehen geblieben. Doch, noch einer. Das war... Äh, das war nicht meine Absicht, aber... Na gut. Zwei... Zwei sind auch gut. Nein, 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 nein. Was mach ich da? Scheiße. Geht's da lang? Nein, geht's nicht. Okay. Wow, sachte, sachte, sachte. Wow, da kommt noch einer. Kommt da noch einer? Oh, 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 oh. What the... Ey, das ist doch... Alter, wie oft gibt es von euch? Boah, seht ihr das, Leute? Oh Gott. Oh Gott, Gott, ey, Alter. Boah. Die können ja auch überall rauskommen hier. Das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Ich brauche Munition. Mal langsam, mal abgesehen. Davon brauche ich echt Munition. Und stattdessen kommen Credits. Mann. Hier haben wir Kürbis anscheinend. Ne, da müssen wir nicht lang. Okay, dann gehen wir mal dort hin. Okay, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Nebenaufgabe erfüllt, sehr nice. Hey, cool. Weil ich den umgebracht habe, war das eine Nebenaufgabe. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Wir haben noch Nachbar. Jetzt reizt mir aber. Credits lag da noch. Ich fühle mich langsam wie im Dschungel. Irgendwie. Ey, warte mal. Wir müssen jetzt da lang, oder wie? Na gut. So. Das war's dann wohl mit dir, Freundchen. Haben wir Nachdruck, haben wir leider keine Munition. Und für die... Okay, machen wir auch mal... Verschlossen. Ist es verschlossen? Nein. Na toll, was jetzt? Ja. Äh, Leute. Es ist verschlossen. Ich kann... Nix machen. Das ist verstorben. Okay. Jetzt müssen wir also da lang. Okay, sehr schön. Oh nein. Nein, nie schon wieder. Hä? Okay, rauf da jetzt. Rauf, 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 rauf. Schnell. Schnell, wohin. Nein. Nein. Achtung, in beide Atmosphären aufs Bildung wurde in Gifgade registriert. Ein zuständiger Tatenker wurde informiert. Willst du mich verarschen? Ey, der bekommt... Ey, der kommt bestimmt rauf. So dumm sind die KI... Äh, so dumm ist die KI auch nicht. Okay, komm, da rauf. Äh, da rein, meine ich. So. Isak. What the f... What the f... What the f...